Wir leben in einer christlichen Welt, da sollte man doch meinen, das Evangelium sei allgemein bekannt, aber leider ist es so unbekannt wie die frohe Botschaft. Ein Vorurteil, das sehr verbreitet ist, deckt unser Text fort auf. Ihr seid zur Freiheit berufen, wie seltsam, man meint doch allgemein, ein rechter Christenstand sei ein harter Zwang, ein drückendes Gesetz. Ja, selbst bei ernsten Christen findet man diesen Irrtum. Die Sache steht aber so, nicht das Evangelium bringt uns in Knechtschaft, sondern ohne das Evangelium leben wir im Zwang und in der Sklaverei. Da sind wir Knechte des Zeitgeists. Was alle tun, was alle treiben, das muss man doch mitmachen. Wo käme man hin, wenn man nicht mit den Wölfen heulte? Da ist man Knecht des Geldes. Zeit, Kraft, Leben, Familienglück, alles wird auf dem Altar dieses harten Götzen geopfert. Da ist man Knecht seiner dunklen Triebe. Wie unglücklich kann ein Mensch sich selber machen. Und doch, wir kommen von den trüben Bindungen nicht los. Da ist man Knecht des Todes. Vom ersten Tag unseres Lebens an streckt dieser harte Herr die Hand nach uns aus. Knechte sind wir, aber das Evangelium macht frei. Seitdem der Sohn Gottes am Kreuz Jesus für uns starb und in die unheimliche Dämmerung des Karfreitags rief, es ist vollbracht, steht die Tür zur Freiheit der Kinder Gottes für uns offen. Wagen wir es doch, diesem Befreier uns anzuvertrauen. Ach was, es ist nicht mehr Wagnis, als wenn ein Ertrinkender die Hand des Retters fasst. Herr, Befreier, Erlöser, zeige auch an uns deine Macht. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.